Unser Einkauf sorgt dafür, dass alle notwendigen Komponenten im Lager vorrätig sind. Damit können wir sicherstellen, dass Ihre maßgeschneiderte Solaranlage innerhalb kurzer Zeit geliefert werden kann. Im SWM-Lager werden die Komponenten Ihrer Solaranlage dann für die Auslieferung vorbereitet und sind kurz danach schon auf dem Weg zu Ihnen. Nun kommen unsere Handwerker ins Spiel. Sie bringen die PV-Anlage auf dem Dach an und installieren die passende Elektrik im Keller. Der Wechselrichter wird montiert und mit den Solarmodulen auf dem Dach verbunden. Damit Sie mehr von Ihrer PV-Anlage haben, wird ein Batteriespeicher installiert. Damit kann man den selbst erzeugten Solarstrom auch dann nutzen, wenn die Sonne mal nicht scheint. Die Installation Ihrer Photovoltaikanlage und der dazugehörigen Technik dauert in der Regel nur ein bis zwei Tage. Entdecken Sie jetzt das Photovoltaik-Angebot der SWM. Alle Infos gibt es auf www.swm.de www.swm.de Untertitelung des ZDF, 2020